Hi Leute und willkommen zurück zu Honkai Star Rail. Wir machen hier weiter, sind im Untergrund angekommen, haben ein bisschen Verstecken gespielt und wir werden jetzt hoffentlich gleich zum Fight Club geführt. Wir werden mal kurz eine andere Gruppe machen und zwar Tanha als Main DPS, March als Support Schilder, Support, Speedbuff und Second DPS, Herchar. Mache ich die jetzt gleich? Ja doch, die machen wir jetzt gleich. Ich... Team aktivieren. Ähm... Hertha... Du hattest... Hm, 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 hm. Achso, das ist mit der Annen das gleiche. Können wir hier was bündeln in der Zwischenzeit? Nein. Da versuchen wir dann so... Verstärken, Leveln, Hochstufen... Okay. Ähm... Spuren... Das war... Eisschaden, genau. Höchst nach... Einschaden... Einschaden... Genau. Okay. Das ist richtig. Ja, das ist der Charakter. Das ist irgendwie sie selber nur... Ich verstehe es nicht. In Genschen kannst du einfach gedrückt. Warum geht das nicht? Lass das. Ich drücke eine Millisekunde zu lang und... Nein, es reicht nicht mal. Egal. So. Muss so gehen. Okay. Ha, 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 ha. Genau. Immer wenn wir jetzt mit irgendeinem Charakter einen Gegner unter 50% Leben hauen, macht sie noch einen extra Angriff drauf. Also das heißt, wir haben jetzt praktisch Wind, zweimal Frost und einmal Feuer, beziehungsweise Eis. Den mache ich dort, ihr macht das gefroren und ihr macht dann Brand, genau. Mal gucken, wie das geht. Nuss. Oder wirst du von einer kleinen Puppe verprügelt? Weiter, weiter. Doch nicht, bleib stehen. Oh nein, das bricht ab, wenn man... Okay. Fies. Es ist doch hier vorne direkt. Ich habe gedacht, ihr bleibt hier jetzt stehen und ich kann Sachen machen. Also ich habe die Boxhandschuhe gesehen. Wir sind hier. Das ist... Huck ist gonna go... Wer ist in... Die Molle sind in charge. Das ist wer. Okay, jetzt darf ich, ja? Junge. Schnarch leise. Ticket, ich kämpfe selber. Ich verprügel jetzt irgendjemanden. Brothers and sisters, are you ready for today's most spectacular, spine-tingling, earth-shattering contest? On one side, recommended by tall, blue and handsome, the unsmiling, pulverizing power of the new kid on the block, Cold Dragon Young. And his opponent is none other than the unfeeling, incendiary, explosive might of Team Robo-Matic. Given that no other fighter was willing to take on the strength of Team Robo-Matic, Cold Dragon Young will face off against these opponents alone. On learning his fate, the brave young fighter had one thing to say, and so let the semi-finals of the 1758th Fighting King challenge begin! Quick, let's help him. Oh, brothers and sisters, an unexpected turn of event? Huh, so you're... Yeah, the first thing we did was go look for you, and now that we've... Brothers and sisters, you can feel their passion. The magnetic pull of this electric sport is undeniable. But let me reiterate, and Cold Dragon Young is signaling that the contest will go ahead. He's just itching to get into it, and so are we. It's the iron fist of Cold Dragon Young and friends versus the iron skin of Team Robo-Matic. I can take them on my own, you know. We need to work on your emotional intelligence. Hehehe. I must have to... Oh, it is scary. What's with you going on? Then I have to do things myself. Time to twirl. Tough luck. Huh? What are you looking at? Heh! Ah! What a beautiful performance! Cold Dragon Young! Admirers? Ah, forget it. I think our taste in nicknames is different. Hey, look! It's Sampo! Heh! Let's get after him. Okay, also Story-Kämpfe darf ich weiterhin... ...nur alleine machen, ohne KI-Hilfe, ja? Fies. Eingesteckt. Irgendwo eine Einladung für irgendwie irgendwo hin. Special? Ach, nichts Special hier. Oh, yeah. That guy can't have gotten too far. Let's search nearby. Hey! 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 It's you! I was just thinking to myself, am I getting robbed? Who are these people following me? So, you know, you start to walk a little faster. And, anywho, if I just turned around, I could have thrown open my arms and said a big hi to my... Save it. Save it. You saw us in there and got scared, so... Me? Scared? Oh, my friends. What do I have to fear? Surely. Set him up? Yeah. With a job? Bob, you guys are new here and let me tell you, you're gonna need some cash. And, Sampokoski Stop said nothing to help his friends. Saving you was just the beginning. I have to consider your finances, too. With me, you get the full service, folks. I had no choice but to take you guys down here. It was too dangerous for us on the surface. We're wanted criminals. Sure, the under... Be that as it may, did you really have to... Maybe you've forgotten. But we were in a tight spot, my friend. There was... Hmm. So, it wasn't to cover anything up? A secret that you didn't want anyone, including us? Don Hung? What secret? Well, I'm not certain yet. But there's more to our friend here than meets the eye. You win! I'll help you to the best of my ability, free of charge, I might add. But, please, don't go spreading rumors about me. Alright, to prove my sincerity, I'll introduce you to Wildfire. If you're looking for something down here, they're the ones to ask. Have a little faith. It's like I said. Sempo never lets friends... So, what does Wildfire do all day? Everything. They keep the peace, uphold justice, fight for resources, distribute goods. The sliver of trust they have for me has to do with the last one. Und reingehen? Nein, schade. Also, wir wollen uns jetzt anderen Wachen vorstellen, die uns wahrscheinlich auch verprügeln wollen. Genau wie die ersten. Huh, where's Joshua? What are those shiny rocks? Ah, this is Geomero, an exothermic ore. The underground and the surface are sealed off from one another, right? Well, only the Geomero transport line is still running. The underground sends ore to the surface, and the surface sends goods to the underground. At least in theory. Most undergrounders are miners, and this is what they mine for a living. You know, if we didn't have Geomero to burn, this world would have frozen to death long ago. All right, let's keep moving. The person I was looking for isn't here. So, let's keep moving. Okay, what are you doing? Okay, du hast das Zeug, aber diesmal für diese Regions-Währung, ne? Du hast die Schild-Währung, ne? Genau. Genau, bei Hörter auf dem, auf der Space Station ist halt die Hörter-Währung hier in der ganzen Region ist die Schild-Währung. Oh, hier gibt's nochmal ein anderes Set. Erhöht physischen Schaden um 10 Prozent, wenn der Träger einen Angriff ausführt oder getroffen wird. Wird ein Angriff im aktuellen Kampf um 5 Prozent erhöht? Okay. Auch nicht schlecht. Und du hast aber die gleichen Belohnungen. Ja. Ja, ja. Das kostet hier halt schon tausend. Und auf der Space Station kostet es nur 500. 100. Mmh. Mmh, mmh, mmh. Oh, old Oleg isn't here either. So you're leading us? I wouldn't dare. Oh, that's the Furnished Core. It's the pillar that connects the underworld and the overworld. People used to travel up and down that thing, but then... Then what? It's a long story. In any case, practically nothing moves up or down any... Except you. Oh, come on. My dear fellow. I thought we weren't going to discuss this. I beg you. The fewer rumors there are about me, the better. Okay, also er... Reist illegal... Immer zur Oberwelt. Da geht's raus. Will aber nicht, dass es irgendwelche Leute erfahren, weil er sonst Probleme bekommt. Nein. Ja. Gut aussehen, der Müll. Okay. Dass sie sich auch wirklich da die Mühe gemacht haben, da was reinzupacken. Okay. Shiny. 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 Fast. Ganz bisschen noch, dann sind wir Stufe 14. Ein Post-Clone? Oh. Oh. Hey, look! Who is that? Looks like she's in trouble. My friends, don't just stand there. This drama doesn't mean... Oh? You know, it might be interesting to see you get in trouble. We should avoid attracting too much attention. But we can't just leave... Yeah, now you're getting it. Let's help her. All right, princess. Let's dispense with the pleasantries. You dare attack someone on our turf? Well, how about a few rounds with me? Darn it! Quick, disperse! Spineless thugs. Miss Zilla? Phew. It's a good thing you should... These vagrants have got some nerve looking for trouble in Wildfire Terran. Shut it, Sampo. This is you written all over it. Wildfire has countless issues on its plate right now. We don't need a side order of... I hear Silvermane Guard is paying the underworld a visit. Is that you? You kidnapped me and brought me to the underground. What is... Listen to her. What is the meaning of this? She still thinks she's an overworld princess. Do you know what's become of us down here while you live the easy life? Did you even consider the fate of the underworlders? The Silvermane Guards aren't living the easy life. We are constantly engaged with the enemy, defending Belobog from the scourge of attacking monsters, and protecting all those above and below the surface. Do you even hear yourself? You protect the underground, redeploying every guard to the surface, sealing off the only passageway, protecting the so-called architects, more like it. The Madam Guardian has her reasons. Hmph. Enough talk. You're coming with me. Chief Oleg wants to see you, and he's got more than a few questions. Perfect, Miss Zilla. We were just on our way to pay Chief Oleg a visit ourselves. Room for a few more? Fully booked. Who are they? You know the Chief? Then why don't I... Well, it's like this. The Chief's in the market for specific talent. An urgent request, so I'm taking them to see him. We're looking for a Stellaron. It's the source of all the disasters here. If we find it, we can... I would recommend you not recite your story to everyone you meet. Miss Zilla won't understand it anyway, so let's save it for the Chief. You're right. I don't understand it. And I don't plan on passing the message on either. Wildfire's encounter trouble at the Great Mine. The Chief's busy. If you really want to find him, come look for me at the mine entrance. I'm leaving. Okay, wir haben... ...das Level abgemacht und irgendwas bekommen. Einen Anruf erst mal. Oh, wir haben zwei Nebenquests und eine tägliche Mission bekommen. Moment, gibt's nur... Erstmal hierhin. Okay, ja, das ist... Mhm, 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 mhm. Hallo? Ähm. Spiel, du weißt, dass ich fünf Charaktere Level 17 oder höher habe, ja? Und dass ich das schon 20 Mal gemacht habe. Wenn das... Ne, das ist das Geldding, ne? Ja, das zählt beides als... Also, das Spiel trackt nicht, wenn man schon mal was gemacht hat, bevor man den Auftrag dafür bekommt. Was ist denn das für ein Scheiß? Oh, das weiß ich. Das ist einfach Charaktere auf Missionen schicken. Basis... Okay. Da... 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 Und... Oh, wir können auch so... X... Man kann nur zwei Teams losschicken, obwohl man fünf Sachen hat. Okay, das ist Trash. Habe ich aber leider oben zu spät in der Ecke gesehen. Das ist das von... Ja, das ist das Ding von Hörter, das ist klar. Okay. Okay. Man kann 5-Star... Waffen bekommen. Ähm... Das sind auch nochmal Waffen. Hallo... Ah... Stufe 0.3... Ich will nicht kommen in der Wahl zu halten. Okay. Also, Stufe 30 werden. Ah, das ist der... Pass. Okay. Ja, halt wie ein Genshin, ne? The Battle Pass. Hier muss man nur 800 bekommen, denn das einmal voll. Okay. Hat das wenigstens schon gezählt? Ja, das hat schon gezählt. Ja, das hat schon gezählt. Äh... Erreiche... 500 Aktivitäten beim D-Lichen... Okay. Achtmal Höhle der Koalition ab haben wir noch nicht. Fieges ab. Credits ausgeben. Ähm... Okay. Saison-Dings. Worps machen. Habe ich. Eine von denen kann man sich aussuchen, wenn man Stufe 30 hat. Okay. Ähm... Haben wir hier inzwischen nochmal was anderes? Nein. Okay. Synthese... Ist einfach nur, glaub ich... Food machen oder so. Genau. Okay. Ohne Minigame anscheinend. Okay. Okay, ja. Und man kann auch Rohstoffe dann... Verbessern. Fluss mit irgendwas anderes zusammen... Ah ne, tauschen. Oh, okay. Eins zu zwei Trade ist das. Ähm... Jetzt hätte ich mir mal doch die Rezepte geholt. Und... Okay, sind wir jetzt durch. Ohne Minig... Rausgegen Sterne... Okay, das ist im... Okay, wir sind jetzt durch. Dann sehen wir uns hier im nächsten Part wieder. Beziehungsweise vielleicht gehe ich auch schon ein Stück vor. Aber... Bis dahin. Ciao, Leute. Ciao, Leute.